Das zweite Thema, das Sie angesprochen haben, ist die hohe Steuerlast. Wie sollte man da im Sinne des Wirtschaftsstandortes mit dem Thema umgehen? Nachdem ich der Meinung bin, dass 50 Prozent Steuer wesentlich weit zu viel ist und das nicht bewältigbar ist, bin ich überzeugt, dass von der Politik Rahmenbedingungen geschaffen können, dass das aufgefangen wird, indem man einfach die Verwaltung verändert und verkürzt und verkleinert und beziehungsweise es wird mehr investiert. Wenn den Leuten mehr Geld bleibt in der Kasse, werden sie mehr Autos kaufen, werden sie mehr ausgehen, werden sie mehr investieren einfach. Und im Umweg kommt das ganze Geld wieder rein und wir sind reich und reich und reich und jedes motiviert zum Arbeiten und das geht so. Und so wird den Leuten, den Unternehmern die Motivation zum Arbeiten genommen.